Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Roy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. In der letzten Folge sind wir hier im Kolosseum, ein bisschen in Ruhe gedaddelt, haben ein paar Leute kaputt gehauen. Und ja, dann mussten wir gegen Flynn kämpfen, gegen den wir nicht gewonnen haben, weil es war nicht direkt ein Kampf. Also, ja. Und ja, dann kam dieser eine Typ, Zagi, heißt er glaube ich, ne? Und ja, den haben wir auch kaputt gehauen, war nicht so schwer. Ja, er hier. Stärk als Flynn. Und ja, dann sind ein paar Monster hier am Randalieren gewesen und dieser Regate-Typ, der uns hier gesagt hat, wir sollen im Kolosseum kämpfen, hat es dann als böse ausgestellt, ist ein ganz böser Pfadfinder und ja, jetzt ist wieder unsere Kiste, die wir von dem Geister-Schiff geklaut haben, abgehauen und jetzt holen wir den ein, weil der ist außerhalb der Stadt und ja, den holen wir uns jetzt, den schnappen wir uns. Oh, weil niemand klaut uns hier unsere Kisten. Oh. Musst du es? So. Jetzt wir nicht direkt die Kiste wegnehmen können, er sah es nicht so aus, als wäre er irgendwie stark. So. Ich bin jetzt hier. Ich bin gespannt, was das Beste ist. Ich muss mich über die Beste verletzen, aber ich werde das Beste verletzen. Ich bin... 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 Ich würde mich nicht mehr verletzen, dass ich mich nicht mehr an den Krieg verletzen kann. Ja. Also, ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher. das war die fünfte meistergilde das war die da gibt es einige dann haben wir drauf nicht schade wenn ein gutes gimmick gewesen irgendwie da kann ich jetzt da oben übernachten zum matratze ein zelt und selbst glaube ich was war ich muss sowieso ja noch mein revier markieren die gruppe hat ich gar nicht doch die hatte ich habe nicht juri in der gruppe hat sie ihnen da war meine gruppe genau so sind wir gerade ich wollte es immer so schwer zu wissen wo ich gerade bin auf der karte hier bin ich nein jetzt ich will das mein ding da ist noch rot jedenfalls machen wir mal den das mache ich glaube ich jetzt nach jedem kampf und ja wo jetzt da blau wahrscheinlich die schaden dazu frühmögliche abgab zu haben ja ich wollte mal wieder spielen also alles normal okay auch bei 666 hat man ist glaube ich auch gar nicht in meiner gruppe genau was man ja was so gut ist dann schon nicht umbringen ein karl hat auch ein paar fähigkeiten ein stadt jeder ja so half fähigkeiten bis ein haupt alter riesen feuerball so so war kommen sind eigentlich alle sachen die ich hier noch ausgerüstet habe so kochen mäßig noch aktuell da müssen wir noch gelevelt werden weiß welchen rennschlüssel hackstack hackstack ich wollte karen hat war so etwas kompliziert so es wird komplexiert es ist 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 das ist man die ganze zeit von so einem berg hätte gehört und den leuten so ist ja auch schon mit den dingen benutzen manchmal kosten ja nur geld was ich hab dutzend ab tut da irgendwie 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 gar nichts hier so an bereich habe ich sorge gefühl so kämpfer kann ich mir irgendwie so aufs queen aufsparen hochgreifen ich habe mich bekämpft komm mal herr du kleines schnuckliges ding doch korridor da kommen wir in den angefolgslauf einsetzen aber ich habe eine falle das ding im messer verwandeln ja genau wie bei jubel aus der spritz ist jetzt spritz ist ja und sagen kreis ist aber normalerweise uns hat er zu präsen ist riesiger unterschied noch eine matratze hatte meine ich so lief ausgehen die ganze zeit auf gucken konnte damit hier alles hier also nicht abdecken kann funktioniert nicht so aus also nicht genau wo ich immer wie genau ich da sein muss ich nehme an da müssen wir hier sieht aus wie ein feld da nicht schön anpieseln kann dann ist was gibt er mich was eisensand aus der sie ja das braucht ich für irgendwas dafür eine waffe oder so zum herstellen ja mal ihr dingens und natürlich okay genau macht das irgendwie schaden erhöhen von mir damit angreift eine menge tp ein gegner das geht nicht gut aus für dich ich sorge für das mal hier noch meine matte ein und jetzt hier alles abgedeckt in der nähe sonst weiß ich nicht genau wieder funktioniert ich mache dann einfach nach jedem kampf da kommen wir jetzt haben wir hier unten jetzt genau in der mitte da was wenn sie mir auf den arm nehmen also ein bisschen doof vielleicht auch vor irgendwie mal davor noch immer ein paar monster auftauchen würden gleich weil die war noch mal gegen so ein mantis kämpfen wenn er nur einer ist aber als solz alter gesehen wie viel schaden carol gemacht hat ich habe überhaupt nicht aber noch einmal wenn die fresse ja da werde ich mit dem fernkampf kämpfen und tust du so extra angreifen muss ja noch mal da auch noch mal jetzt gehe ich noch mal hier ab wenn war war kartograf so ich bin das ist hoffentlich haben wir jetzt alles hier abgedeckte und ich bin ich immer jetzt finden auf der karte da sieht so aus keine ahnung fragezeichen von zeichen fragezeichen da ist so viele orte im gleichen namen fragezeichen 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 oder die drei fragezeichen weil ich das sind neuer film oder so aus ich sehe er trohe ich lund von kados wir hier in dem fahrt durchkommen was die typen ich glaube die wollen kämpfen titan hat fast so viel tp wie es ja gar nichts erst mal einstellen damit wir ja nicht zu nahe kommt meine fall ist weg da geht mal so nicht ich glaube ich muss baller sind blöder nicht auf die erste da bin ich gut ausgehen aber egal ballerball aber hier habe ich meine sehr den hat jan visiert ja gar keine auf mich losgehe so ich notiert darauf auf meine leute zu ballern dafür geräusche mein gott es hat stein ist vor allem hingestellt ich hatte was meiner tue irgendjemand kurz vor dem verrecken du bist gleich mit dem ich ja spannend ja so man kann so mal weg von der g aber ich bin da auch vorher darauf da kommt nein ausgerechnet jetzt was ist er kann ich meine jetzt auch so gerade also was und ich lege tode da war ich weiß nicht so gut bin aber er hat noch 9000 ziemlich gerade angeschossen während der weg gerannt das habe ich glaube ich schon ich muss ein paar tp heilungsklamotten ja zum essen ausgehen ja ich da cg die Was? Das ist doch nicht so, wie ein Bläibes Vesperia. Das ist doch. Die Ester ist mein Arbeit. Wenn wir alle gehen, dann wird es gut sein. ich wollte schon sagen ich muss mal eine strategie ändern weil die hp die tp sind also schnell weg 75% verwenden hallo so klar die ganze zeit keine tp haben da hat irgendjemanden aus ob oder so noch nicht gelernt ich glaube nicht ob jeder hat das schon keine ahnung naja schon machen pudding hat schon jemand man kann machen pudding karen macht pudding ja ich spiele weiter als raven ja neue monster donna fleder nicht dann auf der maus so wie ist der bär ich kann mich um die flieger nach ich habe keine tp für den weiteren so war doch nicht schießen war was wir sind ja da kann ich jetzt gar nicht am kampf beteiligt naja sagen kann auch mal ja es soll gehen über die tp aus also er kämpft gar nicht mit oder arbeit er hätte ganz weit weg wahrscheinlich nicht froh wenn wir ich hoffe ich habe irgendwann kommen muss oder irgendwie so was bekommen wir haben mehr als nur drei angaben machen können stärke t verteidigung kreier magie widerstand und ein ganz anderes zeug ich habe aber den anderen ja auch schon hergestellt in anderen bogen also ja du kannst du kannst noch schön mal lernen oben so du hast noch du hast noch was noch du hast noch du hast noch alle haben noch so warte mal hier siegeltrungen kann damit es ist dann gibt es jetzt nicht so mein gott warum hat man so lange gedauert wir sehen nicht so nervig aus zu bekämpfen ich habe gar nicht getroffen dort gibt es jetzt nicht davon kann ich weiß die sagen doch eigentlich regen schießt einen blöden fall auf die wenn ich da ist es auch ja verarschen war noch ab hier nicht ob die schämen aus was weiß ich als pilz und kommt dann raus oder was ist da deine lohr oder was aufzuglocken dann gehe ich einfach weg eingefallen hat getroffen wir sind die 30 wir sind 32 33 wenn solche schwierigkeiten da muss noch mal gelingen ja jetzt gehen die ganze zeit die tp aus machen wir sind jeder einzig schatzruf und gegnern bewacht den dicken schwanz an ihrer lp 2019 wird es hier stehen wenn der weg ist dass wir gucken würde wenn ich verstehe er guckte jeder anime unter der sonne haben dann spiele ich hier irgendwie weiß ich keine ahnung der perfekte mix aus anime und videospiele und wer interessiert irgendwie gar nicht also allgemein so irgendwie ich kenne wie voll wenig leute details auf serie auch kennen also aber die leute die ich die vorgestellt haben jetzt voll sucht voll sucht dies davon am kollegen nur einmal irgendwie weil ich eine stunde oder so gezeigt wie das spiel so ist weil er interessiert war und ja da hat er sich jetzt auch dauernd spiele wohl davon sagt es irgendwie weiß nicht eines der besten spiele überhaupt das gleiche warum mit georgos besagt menschen wie keine ahnung ich habe immer so eine ausbildung in den pausen geguckt und ja da habe gemeinten einen pausen mangas gelesen und so und ja wenn wir mal bei jose gesagt venture gestolpert gibt es da jetzt einfach nicht und ja von part 1 angefangen habe mir alles angeguckt hat habe ich glaube schon und ja jetzt weil ich hier was jede person irgendwie die ich noch kenne verfolgt hat jetzt auch mehr oder weniger oder hat sich mal angeguckt wesens dann ist ein dickes dinge dagegen möchte ich noch nicht kämpfen glaube ich habe genau in der dinge stehen das gibt es jetzt nicht der lack am boden ich habe ja nicht getroffen auch nicht getroffen jetzt mal mehr tp dann könnte ich auch mal mehrmals einsetzen aber geht da nicht dort gibt es ja nicht schafft es ja nicht irgendwie sein pooling jetzt so machen ich freue mich noch schießen wenn ich kann schießen so wie die eine aus den treten genau nein das ist aber auch so eine dämliche mechanik da habe ich auch ein bisschen schaden bekommen jetzt wenn ich die ganze zeit weg wird der spieler mich die ganze zeit verfolgen muss das ist auch voll dämlich gemacht ich bin kein tels ausspürt hat gemacht hat er hat spiel warum kriegt er nicht in carol ist das du schaffst kein pudding wenn jemand anders rita vor denen gibt es doch nicht kreuz konnte das aber noch nicht jeder hat noch okay aber ich würde gerne speichern so finden bevor wir uns mit dem kloppen oder versuchen gegen nach wie zu kämpfen hier ist echt jede schatze mit dem gegner hier vom gegner bewacht ich habe auch winzige feine solchen damit jemand treffen der dicker hat natürlich nichts getroffen aber auch den großen den ich am besten treffen kann und dann sehe ich schon wieder wie dieser pilz abhaut kenne eigentlich eine neue tasche da ist mir schon letztes auffallen letzten part und wodurch hatten wir eine neue tasche bekommen der neue tasche gegeben der langen ausgerüstet jetzt als auf freundlich jemand weiß mal pudding macht holding stachelbogen habe ich den schon ich glaube nicht lange reichweite angesprochen für bogen und feile mit schweren bogen ein schwerer bogen schwerer bogen ein leichter bogen doch sehe ich sogar ein unterschied weißen der unterschied dadurch keine ahnung das ist weiter level irgendwie die meisten dinge ja ich so gefühl immer irgendwie die meisten sachen noch zum lern nannkache kohen okay okay betty mata hata no そんなところから出てきてやっぱり i free do no takara o sagast er noch okay so no takara pe donna mono Was ist die Maris-Stell? Wird, dann? Das ist eine Maris-Stell. Was ist das? E... Ähm... Also... Ich weiß nicht, dass ich auch eine Esterweite weiß. Maris-Stella ist, in den I-Frieden, sehr viel wert. Ja. Hast du das Maris-Stella gefunden? Das ist, dass du einfach nicht gefunden hast. Ich habe es nicht so, dass es ein宝. Das ist so strange. Hey, was ich mit Nordpolica gehört, dass Patty von I-Frieden ist? Was ist wirklich? Was ist das? Dass ich so etwas von N-Jerchen habe? Wenn ich meine Freundin habe, dann sollte ich... Also, dass ich mit I-Frieden habe, die von I-Frieden und ich bin von einem Freund von Union nach dem Verein von Ich bin ein Freund von meinem Freund. Aber... Das ist ein Scheiß, was ich von Eifried. Ich habe das nicht gehört. Das ist wirklich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Was ist das? Wahrscheinlich ist das ein Verwanderer. Esstel fragt sich, warum ich meine Eltern überwanderen. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Erinnerung habe. Er ist ein Verwanderer. Er ist ein Verwanderer. Er ist ein Verwanderer. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Eltern von Eifriede nicht verstehe. Das ist wirklich wirklich. Wahrscheinlich. Oh nein! Das ist das Verwanderer? Das ist das Verwanderer? Es gibt einen Verwanderer. Ich weiß nicht, dass ich mich an keine Wunderingen habe, denn ich gehe an den Maris-Stella. Ich verstehe, dass ich mich nicht so lange, habe ich mich nicht,バaten an Eifriede nicht zu müssen. Ich will sich mit dem Eifriede nicht in meine Ahnung, bei dem Eifriede nicht zu finden. Das ist die Wunderinge für Maris-Stella. Diese Wunderinge ist es. Das weiß ich. Etwa es wird mir wieder aufquert. Aber... Und fertig kommt noch ein paar mit. Warum hast du hier geholfen? Wir wollten hier auch gehen. Wir wollen zusammen gehen. Das ist gut. Es ist ein ganzes Problem. Ich bin auf dem Weg. Wenn du etwas hast, dann kannst du es mit dir. Na, ich will. Dieser Rot. Ich habe ein sehr krankes Mädchen. das bleibt auch in unserer gruppe bitte aber noch kein speichelpunkt um ist level 32 kommen unsere gruppe so neue waffen tatsächlich sogar noch einen formel kann mit rückschritt abgemogen werden okay aber das ist gut und so gelb wenn du aus den kampf flüchtest du hast noch die brauchen wir um geld zu farmen amnesee okay was okay okay Ich glaube, es ist so schön. Ich glaube... Aber wenn es nicht mehr von früheren Erinnerungen ist, dann wird es noch mehr von früheren Erinnerungen sein. Ich denke, es ist nicht so, dass es so. Ich verstehe! Es gibt auch solche Gedanken. Ich denke, dass mein Albums aus meiner Erinnerung ist, wird es in der Zeit, 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 in der Zeit. Das ist ein Album. Ich möchte auch noch etwas, was ich. ist aber lieb ich sehe noch keinen speichern und ich würde gerne einen speicherpunkt finden da ist einer habe ich das dicke ding da versuchen kann zu bekämpfen da sind drei schatten auf mich zu bahn als mein job die fliegen um wegen diesen angriff und dann kann ich die ich treffen ist das denn was anderes habe ich nicht ja voll dem ich überhaupt mal hätte ich gesehen ja als mtc und kam ich glaube nicht ich wollte doch als glaube ich in den einen boss gekämpft darauf ein geister chef nein ja ich glaube kann jetzt was neues ausrüsten eigentlich haben wir mal pudding ja geschafft herzustellen natürlicher abschluss weiß nicht stärkste moment wenn man das hier freude 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 ist dann nicht irgendwie weiß ich nicht da man nach dem kampf irgendwann bekommt ja ein nach einem kampf acht hat auch partie glaube ich nicht apropos ein paar geist das hat ja auch genug dinge welche dinge ja nutzen kann meine fb jetzt mehr als ich ausgeben kann nein du geh mal da lang danke und ich gehe mal hier lang wisse wisse weisse weisse kriegsapone aquamarine adrenalin so besser kriegsapone hat sie glaube ich schon ja man kann ja die schaden kann ja die schaden noch ein zu haben und das ding ist wahrscheinlich ja kampflinse automatisch ein magisches auge ein wenn wir ein gegner besiegt oder noch ok ich benutze sowieso die dinge also jetzt nicht so dringend hier die fähigkeit finde ich das noch der treue warum sind mir so viel tun das ist ein bisschen doof so in der nähe fähigkeiten gelernt ok ich muss sagen ich habe sie neue sachen hier gelernt habe ich weiß nichts davon ja danke was ihre dinge ist eigentlich eingestellt 50 50 und wo noch mal ich neue fähigkeiten habe ich so eine menge aber sie dann geht es irgendwie nicht so der bär der hat überhaupt keinen bock zu kämpfen wie immer ich bin da drin denn dann 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 nein doch hat er mich jedes mal um mein gott die tv von den anderen sind jetzt die ganze zeit voll hoch pergament des rechers das klingt voll episch ich glaube es hat ja noch einige über zauber magie ja wir wollen es vorstellen bei dem verbrauch zu erhöhen noch mal das hier ist noch nicht schlecht noch mehr magie angriffskraft und das ding ist sogar stark da war ein speicherpunkt bleiben Schwimmen. No. 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 I'm not moving. So, this is... Uh, uh. That's crazy. I'm not moving. I'm moving. I'm moving. I'm moving. Rita! It's dangerous! It's okay. It's okay. I don't have to worry about this. What was it was about now? What was it? I'm moving. I'm moving. I'm moving. I'm moving. And I'm moving. I'm moving. I'm moving. Okay, das ist ein Totschgek! Patti, bitte aufhören! Was ist das, oder? Ja, das stimmt! Ich habe das, was ich probiere. Was machst du, Vita? Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe, wenn ich ihn nicht... So ist er, würde ich nicht wegwerfen, oder? Gehen wir! macht sie kaputt so wie julie ok das hat die er verschlungen ein monster ich möchte mal kurz den heiligen trank einsetzen aber ich habe ich irgendwo gesehen da ich gehe einfach mal bei kreuzbäucher ist ist der juri ist gesehen ein mörderschwert so viele geile waffen kann ich so viele sachen auf screen lernen jetzt mal kapitel er war ein tötiger schlag ein gegner trifft aber jetzt aber da ich hier ein links gefunden habe den speicherpunkt was erstmal ich glaube ich hatte im speichern verwenden ja speichern wir mal hier dann gucken wir mal mal dicke fichte kaputt kriegen ich glaube ich auch schon mal versucht gegen so eins zu kämpfen und ab übelst auf der fresse bekommen so ein riesen bär oder so glaube ich diesen einen wald da müssen wir mal zurückgehen irgendwann da kann man glaube ich gar nicht das ist irgendwie in dieser einen stadt die jetzt blockiert ist ja da muss ich auch mal versuchen irgendwann müsste ich jetzt eigentlich voll erledigen können die gegner sind ja alle respond ehrlich sagen wir versuchen uns gegen das wie ich mal also waren wir mit der truppe naja versucht man nicht mit der truppe wenn ich ein käre steuer mal juri und ja also mama bohremit bohremit meine ich magisches auge zeige mir 184.000 jetzt passt so viel wie ich ja hier also mal glück haben oder hat das gezielt bekommen weiß ich gar nicht haue arbeit war das denn ist naja haue arbeit war das denn ja heilt uns mal bitte weil er fällt auch nach jedem schlag um ich könnte so kurz und ich kann auch überleben einsetzen da hat mir doch mal noch ein gewöck übel schaden gemacht letztens ich habe wahrscheinlich noch exo ausgerüstet daneben pettig ja der kochen hätte vielleicht auch machen sollen was warten es hat sich von hinten an ja klappt sogar glaube ich jetzt nicht die ganze zeit den angefallen bitte ja 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 aber er hat mich abgebrochen da war ja schon wieder sowas von klar ja du musst tp ein war lieb doch noch so gut gerade jetzt spammt er die ganze zeit diesen einen angriff und teabags hier irgendwie pettig auch nicht los bin viel schmackhafter glaube ich okay dann würde ich auch mal hoch sowieso bekennen vielleicht wenn man nicht irgendwie gegen boss kämpfen wir kämpfen sowieso gegen was dauert irgendwann ja da ist es am händen ehrlich ich überhaupt aufwecken ich kann auch gar keine items auf andere einsetzen aber ich muss gleich noch mal nach dem partie zur stadt zurückkehren und ein paar sachen kaufen wenn ihr gleich wieder am post kommt wahrscheinlich am ende ich dann neben leben ja gebacken mit meinen ganzen heiligen stunden die ich vorbereitet habe ja hör auf damit doch doch da wäre auch gelacht wenn ich kriege wer hat denn auch wenn damit da wäre rita viel besser gewesen dann kommt ja das wäre jetzt nicht schlecht ich habe mich gesehen wie hat sich gehalten hat ok so was nicht am boden hat ja der wird jetzt gerade ab spät gesehen vielleicht trotzdem angreifen ja 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 nein nein ja das tippt mit das tippt ein pettys kauf ja jetzt bin ich kauf herr danke da verlaufen das macht den ja ja bleib schöner drinnen denn der dddd und warum den euch auch noch ein gang geil und da wäre gelacht haben wir nicht schaffen dieurie und hätte ja auch nein ja auch gut man daneben ja ich muss definitiv leicht zur stadt zurückgehen und ich sind neue sachen kaufen ein ganz bestimmlicher weiterhin diese dann schon am umlatschen wir haben nicht gleich verlaufen ich weiß nicht mal einer das ist genau das gegenteil vom becken ich habe ja ich kann aus der stadt raus aus der dann schon meine ich dann bin ich mir ein bisschen im eimer ja so oben weg bis anfänger auf groß wird ja okay ich nehme an das bedeutet ich habe noch nicht gegen so ein ding gewonnen ich habe gar nichts bekommen ja auch erfahrt und habe ich 10.000 also bekommen also items habe ich jetzt nichts bekommen hat als eine aufgelaufen dann kann nachdem es da auch ich kippe so nah nie hast du na yo juli kosovo Ich freue mich noch mehr! Was ist denn, Estel? Ich sitze... Wir sind zwei... Warum sind wir so gut? Was ist das? Was ist das? Ich habe einen großen Gehirn vor. Als ich so gut war, war ich so gut. Wenn ich mich so gut war, dann würde ich mich so frustrieren. Es ist egal. oder näher der kasse der kratzer sie ja nun mal jetzt war ein dicker mann demokrit der kohle das ist ja da na juli und dort hat er kirkung mann da ich auch wie eines gibt es gleich wieder jetzt einfach verschwunden 8000 galt weil es ja auch eine truhe eisenkraut jetzt läuft natürlich ab wenn noch mal ein ok dann gehe ich mal kurz heraus ich habe ja ich kann hier raus weil ich natürlich ein bisschen auf screen glaube ich hier nicht leveln aber 34 war jetzt war sogar was gelernt aber ich glaube du hast nichts mehr so ich habe hier wirklich wir können jetzt zurück zur stadt und kann uns ein paar neue sachen wieder kaufen 471 mehr papier angriffen 85 nehmen wir das hier nur jetzt glaube ich nichts mehr da ist das stärkste wird das war ehrlich die eines geht es ist einfach schon da bin ich jetzt nicht so doll ich habe ich konnte noch mal wieder da ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe es ich Ich habe mich mit dem Zeitpunkt verabschiedet bekommen, aber es ist ein sehr guter Wettbewerb, aber es ist ein sehr guter Wettbewerb. Es ist ein sehr guter Wettbewerb, aber ich habe es geschafft. Ich glaube, es ist ein sehr guter Wettbewerb. Und wer hat das Wettbewerb von Airclay-N? Rita, erzähle ich dir. Okay, aber dann, warum hast du ihn gebeten? schon sagen aber laufen jetzt den ganzen weg zur stadt zurück weil er weiß nicht nein er sagt er da ist kein grund dahin zurückzugehen irgendwie so was ich bezweifle aber ja alles trotzdem mal zurückgehen nur zur sicherheit dann ja jetzt sind eine stunde habe ich jetzt aufgenommen ja eine stunde ich finde das ist doch genug und ja weil ich kann ich auch mit dem schiff durch die gegend fahren da war jetzt optimal weil da konnte ich noch weise nicht da wird eigentlich wesentlich will ich jetzt hier nicht überleveln bei den gegnern aber kann ja eigentlich nicht schaden also wir kämpfen wie möglich aus dem weg zu gehen wenn wir hier aufnehmen anscheinend nicht egal ich bin aber trotzdem ja wir werden ich werde hier auf screen wieder neue sachen kaufen ich geld ich habe geld und gucken ob ich neue sachen herstellen kann noch und ja nächstes mal sind wir wieder in der höhle und machen da weiter und ja so machen wir das nicht gut habe ich als eigentlich wird bekommen in den kampf nähe da bevor ich hier mit irgendjemanden wenn ich irgendwie eine question also auftaucht da da ist schon wieder was aufgetaucht bevor ich das hier aufgehen mache und ich weiß nur sie ist klein blond trägt zupfer unter einen schwarzen rot es ist hoffnungslos also so wie ich sogar ein schwarzer rot ich gehe da meinen dingen nicht rein weil man weiß ja nie wird können wir hier kurz übernachten kommt da kann sehen ich glaube da kommt keine sorge heute hörte ich dass in der stadt leute spurs verschwinden diesen gerüchten möchte ich nachgehen daher machen wir hat hier noch helfen so helfen doch erst was du mit den informanten gemeine sachen und schule kunden anzunehmen und dann führst du auch noch säumige schuldner und bingst sie um so verdammt damit gleich kriegst du was du verdienst man er war dieser was war das leuchtende adler okay so belastet einfach dabei die wird gerade jemanden auf mord beobachtet nur dass er einfach so stehen leuchten hat schon einfach vom boden entlang meinen schock will auslösen schmetter adler leuchten weil ich wohl auf screen sehen wie das aussieht immer noch mal her schlafen man weiß ja nie und ja wird wenn ich den partier und wer draußen ein bisschen nicht leveln aber unsere dinger hier lernen wir noch lernen können ich glaube jetzt extra noch mal hier durch die stadt weil ich jetzt nicht will hat hier noch mal eine katze nur so auftaucht wegen diesen das zeitquests gerade sage ich mal und während dem partier er ist wohl gesehen wir uns dann wieder in der höhle nachdem ich hier alle sachen gelernt habe hoffentlich ein bisschen kochen hoch gelöffnet habe ein bisschen geld habe ein bisschen sachen hergestellt habe und ja dankeschön für zuschauen bitte hinterlass ein like ein abo oder ein kommentar das wäre sie lieb von euch und ich sehe euch dann in der nächsten folge hat